Hat Jansky ein neues Video gemacht? Jansky vor 30 Minuten. Hier sind sogar noch zwei Videos, die wir noch nicht gesehen haben. Jansky wieder abgeliefert, du. An der Stelle vielleicht ein kleiner Disclaimer. Das dient alles nur der Interhaltung. Bitte machen Sie das nicht zu Hause nach. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Und auch nicht gut für SR und auch nicht gut für Elo. Ja, da fährt der 5. Oh nein, was mach ich? Was mach ich? In die Wand fahren. Oh Gott, das will ich halt. Das ist vielleicht für immer ein Rookie. What the fuck? Was zum Teufel? Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, Bremse drehen wäre schlecht. Alter, danke Bruder. Ripp, 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 ripp. Ah, geil. 11 Positionen in 45 Sekunden. What the fuck? Was ist denn da passiert? Ich kann nicht mehr. Oh Gott, die Schirr. Die Stirn. Oh, die Verlachter. Ich muss jetzt aber mal hier rauskommen. Heute gibt's kein Content. Ja, gab wohl doch Content. Ich geh kaputt, Alter. Ich geh kaputt. Mann! Warum kommt der auch noch aufs Schei? Mein Gott, das ganze Feld ist gestorben. Ei, 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 ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ganze Feld ist tot. Das erledigt sich da vorne gleich alleine. Oh Gott, nein. Hey, jetzt haben wir aus Bronze raus. Nicht gemeint. Laguna wird abgelitten. Okay, ist wieder Bronze drin. Laguna wird feinster Content werden. Oh mein Gott. Ach nee. Oh nee. Das hat keiner gesehen. Sag mal, ist hier irgendwie mein Gartmetall kaputt? Was passiert hier? Hallo. Hallo. What the fuck? Gleich glatt von links. Also irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Was ist hier? Ist hier irgendwas kaputt? Mein Gott, was passiert hier? Oh Gott, Hilfe. Jetzt bin ich abgelenkt. Nein. Jetzt bin ich abgelenkt von mir, was hier passiert. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Hey, aber er ist nicht letzter. Hilfe. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Lea, also trainieren die Leute die Strecke vorher, bevor sie fahren? Ich frage für einen Freund. Oh Gott. Ich bin richtig überfordert, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Er ist da links, rechts, oben. Also der, der mich davor kurz abgeschossen hat, fast. Oh Alter, geiles Rennen aber noch, ey. Heilige Scheiße. Wurde noch ein geiles Rennen. Oh. Box, box. Ah. Ich bin fertig, Alter. Was? Was? Ha, 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 ha. Okay, Janski, schön. Äh, das hat mir gefallen. Aber es gibt noch ein neues. Moin, moin, Leute, und... Oh, das geht acht Minuten. Tod und verderben heißt das Video. Willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Blättenfett in die Box. Da schaut ihr was, ihr Clowns, da? Gamball schreit rum. Marzatin! Bist du behindert? Und Flo hat eine Idee. Ich könnte noch was ganz anderes probieren. Also wenn ich jetzt frage, Ja, machen wir es einfach mal. Hey. Hey. Es ist einfach gültig. Ha, 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 ha. Ist... Da... Ich glaube, ich bin doch zu kacke für dein Team. Ha, ha. Absolute Hass-Frecke. Ich war nicht so schnell, oder? Jetzt habe ich schon so ein bisschen Angst, aber ich glaube nicht, nee. Hä? Als ob. Junge, komplett falsch eingeschätzt. Oh, meine gute Elo, ey. Jetzt tut's okay. Und wieder. Oh, ha. Und wieder. Oh. Was passiert vor uns? Ja, ja. Aber ich habe da zugelehrt vom Westen. Junge. Junge Gamball. Und wieder nur am Abbräumen, der Junge. Oh, Mann, Mann, Mann. Der Klassiker. Soll der nicht so rumhampelt, der Junge. Wir müssen ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. He, he, da kam er. Ah, nein. Dieser Junge. Okay, what the fuck? Mach mich immer noch fertig. Jonathan, seh dich. Oh, Risch, 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 Risch. Karma. Oh. Ist das dieses Big-Rid-Zeug? Ja, ne? Roll doch nicht zurück, hallo. Ich sag, du hast gepackt. Was ein Crash. Aber ich fand's gut, dass Gamball da drin war. Game over. Woohoo. Also, ich bin Fritte. Ach, die Heilige. Oh, oh. Alter, was passiert hier? Alter. Was macht der hier, Leute? Leute, Leute, Leute. Digga, die Karre gerundiert. Kann doch nicht euer Ernst sein. Komme ich direkt aus der Boxhausen, werde fast ermordet. Digga! Oh, blau. Das ist auch für mich so ein Grund, einfach keinen Biggit zu fahren, ne? Das war eigentlich nicht süß. Ey Junge, das sind solche Schimpansen, das ist unfassbar. Ich brauch etwa mehr weiterfahren, so tot bin ich. Warum? Hab ich TC off? Warum hab ich TC off? Ich entsinne mich. Warum hab ich TC off? Warum hab ich TC off? Hä? Ich hab doch TC2 reingemacht. Marzipin! 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 Bist du behindert? Scheiß auf dich Marzipin! LFM-Bahn, Boris! Also das ist ja wohl der größte Scam aller Zeiten. Er hält da einfach rein und difft. Jungens, nicht bremsen. Gas geben. Ah, der ist ja wie ein Rookies-Bett hier gerade. Hast du schon mal einen Flasher probiert? Nö. Warte mal. Ich könnte noch was ganz anderes probieren. Oh Flo. Hat nicht geklappt Flo. Vielleicht war es doch nicht so premium, das zu probieren. Ey, das war total bescheuert. Oh Gott. Oh, meine Box ist hier vorne schon. Willst du noch ABS oder sowas haben? Ja. Okay. Oh, ich hab dich gar nicht ausgewählt. Das war so ein Katastrophen-Rennen. Oh, war jetzt ein Katastrophen-Rennen. Jetzt geht das schon wieder nur. Oh Scheiß, ich hab dich nicht ausgewählt. Ja. Ja, dann viel Spaß in den letzten 38 Minuten. Ich steig mal wieder aus dem Auto raus. Nein. Ich hol mir mal schnell was zu trinken. Oh, gut und altes Zimmer. Ich hab so keine Lust mehr. Wir versuchen nichts, was ich gemacht habe. Das ist alles... Du, ich fahr einfach nur ganz gemütlich. Runter. Oh nein, 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 nein. Oh Mann, Nils. Ey. Übrigens, an der Stelle, die Bremse war schon kaputt. Das Auto war nicht voll betriebsfähig. Ja. Zwei Stück. Ja, jetzt kommen die in allen gleichen Abstand. Der Zorn. Der Tilt. Mann, ey. Oh, f*** dich. Hahahaha. Hahahaha. Der Delfin hat mir gefallen. Oh, warum machst du sowas, Nils? Warum? Warum? Mann, du bist so ein dummer Tollidiot, Alter. Ohne Scheiß. Ey, du bist 3000 fucking Stunden gefahren. Und warum trittst du da auf die Bremse? Weil das Auto kaputt war. Das Auto war wirklich kaputt. Hundertprozentig. Und im ersten Sinn, den ich gefahren bin, war das Auto kaputt. Es regt mich einfach nur auf. Hat er zweimal denselben dummen Fehler gemacht. Da bremst man nicht. Oh, lass doch mal auf die Bremse drücken. Und bumm. Nein. Nein. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hab wirklich keinen Bock mehr, Mann. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Scheiß-Auto? Ich glaube, ich fahre den nicht im Rennen. Alter. Wir fährten so eine Scheiße freiwillig. Auf gar keinen Fall fahre ich den. Oh mein Gott. Auf gar keinen Fall fahre ich den Audi. Es wird alles aber kein Audi. Ich gucke jetzt nur auf den Chat. Ich gehe mit meiner Maus hoch und runter. Und ihr schreibt, irgendwann stoppt und das Auto nehme ich. Er steht auch so ein bisschen darauf, äh, massakriert zu werden, oder? Ich sehe nicht, was da, was da gerade am Laufen ist. Nein! 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 Im Üben, so ein Quatsch machen wir nie. Wie cripple Ideen. Das wird sowas von tot und verderben? Ich will nicht mehr. Mafra Simrat Singh sagt, it's just a scratch, you won't even feel it. Jetzt ist mein Deckrad. Mein Deckrad. Oh, Hilfe, mein Deckrad. Hilfe, mein Deckrad. Oh Gott. Was soll ich machen? Hilfe, wo ist mein Pitbox? Oh Gott. Ich kann das alles nicht mehr. SG-30, Nene. Doch. Da stand ja was, ihr Clowns, hm? Nochmal SG-30, dann stelle ich ab. Oh Gott. Komm, ich stelle einfach ab. Lass mich in Ruhe. Das ist niemals passiert. Hohohoho. Heute haben wir's geschafft, Shit. Eieieieieiei. Oh, warte, der kommt noch weiß. Oder? Die Handgelenke, die tun weh. Ich hab da jetzt, äh, halt auch Schwitz und beide Handgelenke. Ey, Gumball, also ich weiß, wie alt ist Gumball? Gibt's ne, gibt's ne, gibt's da ne Alter zu bei Gumball? Also weiß das jemand zufällig, wie alt Gumball ist? 18? Maga, der muss echt ein bisschen ruhiger werden, Alter. Der muss wirklich ein bisschen ruhiger werden. Junge, der ist ja so schnell Tilt. Woh. 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 Du. Woh. 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 Woh.